Ja meine Freunde, ich bin der Alex und die Nina seht ihr jetzt nicht, die ist nämlich da oben und wir fahren heuer wieder zum Konrad Lorenz Tierschutzverein nach Südungarn mein Lieben und wir haben wieder, wie man das so unschwer erkennen kann, ja ich hoffe man kann das alles sehen, jede Menge Spenden von euch bekommen und bedanken uns im Rahmen des natürlich recht herzlich dafür an all die Futterspenden, Sachspenden, Decken, Polster, Hundespielzeuge, Hundeleckerlis etc und ein ganz besonderer Dank geht an die Firma Fedor meine Lieben und zwar insbesondere ist in diesem Fall den Herrn Gaspar Kurt, der uns und hier kann man das ganze sehen, 200 Kilogramm qualitativ hochwertigstes Hundefutter zur Verfügung gestellt hat und da geht wirklich ein ganz besonderer Dank an die Firma Fedor in diesem Fall und natürlich auch an alle anderen, die uns hier dabei unterstützt haben, Futtermittel und Decken und etc zusammen zu bekommen. Insgesamt sind wir auf circa 450, fast 500 Kilogramm Hundefutter gekommen und ja die Hütte wird voll werden, also das Fahrzeug, unser Pickup steht wieder hier an der Straße parat zum beladen und wir müssen uns beeilen, weil es sieht so aus, als würde der Regen kommen und wir wollen ja nicht, dass das ganze Zeit nass wird. Daher bis dann! Wir nähern uns der Finalisierung des Ladevorgangs. Captain Nina mit 30 Jahre langer Tetris-Erfahrung hat es wieder mal geschafft. Das Fahrzeug bis an seine Grenzen zu beladen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Platz und wir haben auch noch ein paar Sachen, die da rein müssen. Ja meine Freunde, Hütte voll bis zum Anschlag, Bier, Klappe zu, Klappe zu und morgen geht es dann auf Richtung Ungarn. Ja! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir die Sachspenden direkt im Büro abgegeben haben, machen wir das heuer anders. Das heißt, wir haben das Auto noch bis zur Gänze gefüllt mit den Futterspenden und den Sachspenden und liefern die quasi direkt in das Tierheim aus organisatorischen Gründen, weil das Büro saniert wurde und wir somit das Futter den Tieren direkt vor Ort bringen. Das sind Baustellencontainer, in denen das trocken gelagert werden kann. Und ja, ich bin schon gespannt, wie das Ganze in diesem Jahr dort so aussieht, weil ich habe gehört, dass einiges erweitert wurde oder so. Falls ich da richtig liege und wie das Ganze dort aussieht, das seht ihr dann im Anschluss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, meine Freunde, der Entladevorgang ist weitgehend erledigt. Die Nina schlicht da noch ein wenig im Container rum, dass noch die letzten Säcke Platz haben. Und auch die Katharin sorgt dafür, dass alles seine Ordnung hat. Das sieht man hier noch, das ist der Container und uns wurde gesagt, dass diese Lieferung so für drei bis vier Wochen jetzt ausreichend ist. Und dann müssen wir schon wieder weiterkämpfen, dass die Hunde was zu fressen haben. Vielleicht muss die Katharin auch noch etwas dazu sagen. Genau, vielen herzlichen Dank für alle Spender und danke. Alles klar. Ja, bitte gerne. Und wenn wir noch die letzten Sachen verstaut haben, dann schauen wir rein zu den Hunden und gucken mal, was da so los ist. Jetzt gibt es super edle, noble Leckerli-Friedogges hier. Mmh, vom Feinsten. Ja, bitte gerne. 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 Ja, bitte. Ja, bitte gerne. 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 Ja, absolutely. Ja, bit тех. Ja,ocus-Liebiges. Wenn sie euch gefällt, mich wenden bzw auch ein kommentar hier unter dem video hinterlassen und ja wir werden versuchen euch eure fragen zu beantworten und somit würde ich sagen ich bedanke mich auf alle fälle fürs zusehen fürs reinschauen und wir sehen uns nächstes jahr wieder bis dann euer alex und nina